so was ist das jetzt okay man fängt richtig beschissen für mich an kinders video kam gestern nicht raus aufgrund von langeweile die uns dazu geführt hatte im discord hat jetzt nicht meinem sondern separaten bei kumpels auf ome tv rum zu langern und echt nur blödsinn zu treiben und deswegen sorry war keine absicht aber heute habt ihr es ihr müsst nicht mehr drei jahre warten so wie damals oder bisher vor ein paar monaten vor damals man denkt ich habe so vor zehn jahren angefangen zu streamen link für den discords rein paar menschen ich wollte schon was anderes sagen paar menschen haben sie schon drin verlaufen ist perfekt ansonsten wir legen gleich los vorhin von arbeit kommen mit fix und fertig aus raster rote karten und patzer ich glaube das ist das erste mal dass er steht patzer kann ich das noch mal so betonen so patzer gut wir legen los ich bin gehypt ansonsten aktuell gibt es irgendwie nichts neues weder von schiedsrichter seite ist immer noch sex kroner wir sind alle arbeitslos so sieht es aus los geht's holisch ist aber kann das war auch keiner hat die hat gesehen er hat sich erwischen lassen die trikussen ja richtig kacke also ja man sieht schon den unterschied aber vielleicht kennt ihr selber vor allem als spieler wenn du den ball hast und es muss irgendwie so schnell gehen und dann weiß nicht so hektik hektik hätte ich da irgendwie schon aber niemand sieht schon die sind so richtig kräftiges geld ja sorry jetzt habe ich gequatscht nicht so ne kacke oh ja definitiv aber hat der eine ihn nicht schon der der erste kontakt der hatte noch der ich glaube er nimmt die jetzt an oder so und jetzt hat zieht der gelbe spieler sein rechtes bein oder weg oder nicht so zack siehst du da zupfte so nach hinten und ich glaube aufgrund dessen weil der schiri da nicht gepfiffen hat kommt er und sehe sich wieder als held und muss so aggressiv reingehen dass er eine geld kassiert finde ich zurecht weil es war pure absicht das ist da ist so wieder dieser diese das ding so schaufen boden geht weg und okay ich darf jetzt ist nein ich darf nein bitte verlassen sie das spielfeld das wir jetzt ne ja wir müssen ja auch nehmen sie noch höflich sein also da sieht man schon das ja ich habe jetzt weiter laufen lassen das ist jetzt nicht von mir jetzt was okay zack okay aber ja ich weiß ja es wird ja ich schaufe ja 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 Das ist 2 Meter kein Abseits! In der Mitte steht da! In der Mitte steht da! Wie viel? Sorry, warte, warte, warte. Er quatscht jetzt mit ihm? Er kriegt der Gelbe? 2 Meter kein Abseits da! Oder was? Er geht zum Trainer! Safe! Safe! Er geht zum Trainer! Ja! Sehr schön! Oh ne, Ball! Du musst nur mitlaufen, wenn du das nicht siehst! Oder? Das ist die Frechheit ist das, was du hier abliefst! Das ist das! Das ist es! Ich... Ich sag nix! Ich sag... Nee, nee! Ich schau... Nein, Mordok, ich bin raus! Das ist die Frechheit ist das! Wenn du schnapp wär! Wenn du was nicht verhattest, hast du was da! Ey, das bringt uns hier nicht weiter! Hört auf mit sowas! Ey, Lenners! Ja, gelb! Gelb für die 13! Der Käpt'n sogar! Ich werbe auch bei nur dem Blauen! Ich werbe auch nur bei dem Blauen! Ja, man gibt immer auch sicherheitshalber oder... Beide Parteien, damit es halt so... Okay... Aber... Ich hätt... Ich hätt... Da hätt ich echt nur den Blauen gegeben! Ja, das ist... Wie du verschießt! Wie du verschießt! Puhhh! Oh, das ist das... Das ist das... Das Spiel, Alter! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Der da, ne? Ich weiß, er hat ihm so die Schulter so gegeben Aber der, ne? Ich weiß nicht, such dir ne Schauspielschule Und bleibt dabei Aber das hat Das ist einfach meine persönliche Meinung, ne? Ich weiß Ja, das ist so useless as hell, Alter. Wenn du da rumschreist, bringt's auch nix. Oh, ja, Bro. Was war da vor? Der andere kriegt gar nix, oder was? Was bist ja du für ein Idiot, Junge. Was? Hey, du bist doch bescheuert, Junge. Hey, Uffe! Halt'n Sappel! Also, ich hab jetzt selbst grad hier ne Karle in der Hand, aber ich will gucken, was jetzt passiert. So an sich war es die Situation. Also, wenn's so war, dann ist es Katastrophe. Weil... Er kriegt ne rot... Okay, er ist wieder zu ihm hingegangen. Er hat gesagt, ey, aber... Warte, warte, ey, nee, Mordok. Also, ich find das war jetzt... Ja, okay, der hat... Okay? So. Der hat nichts bekommen? Und er geht? Und dafür ne rote... NIEMALS, Mordok. NIEMALS. Das war ja wirklich so... Der hat nur so kurz. Der hat ihn ja weder so gemacht... Nein. Dann müsste er hier die Nummer 15 für das da... Er auch ne rote Karte kriegen. Ja, also da fühl ich die Jungs. Also, dass er rote kriegt, weil er regt sich auf, soll halt gleich... Was war das? Irgendwas ins Gesicht, irgendwie sowas jetzt gerade. Ähm... Also, es ist hart. Es ist hart, dass der Spieler mit dem schwarzen Trikot einfach so davon kommt. Kann sein, dass da vielleicht noch was ist und wir sehen es hier. Aber wir können ja nur darauf reagieren, was wir halt sehen. Und... Bevor ich zuerst überhaupt an sich ihnen ne Karte geben sollte, würde es der andere Spieler kriegen. Also der mit dem schwarzen Trikot. Weil für mich kriegt der hier keine Karte. Vielleicht kriegt... Sein Mate hier... Vielleicht kriegt der ne Karte. Whatever, was der jetzt gemacht hat. Vielleicht hat der irgendwas gelabert und gesagt, ey Shiri und blablabla. Whatever. Lass den ne Karte kriegen. Aber der Spieler kriegt keine rote Karte. Für was? Also, falls ihr irgendwas gesehen haben sollte, was ich... Ja ne... Und so... Dann sagt es... Also, wenn ich hier falsch liege, dann bin ich geistig... Ja, okay... Nein, nein... Ich sag's nicht weiter. Also, ne... Ja... Nein... Schön... Schön... Bitte Tor! Holy Shit! Er hat zerstört! Er hat die ganze Abwehr zerstört! Killer! Schön gemacht! Ohhhh! Ohhhh! Wow, fuck, 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 fuck! Sorry, ich war grad wegen nem Keeper, weil ich jetzt so gehypt... Ja, hätt ich auch gesagt. Stürmerfaul. Weil er hat den richtig runtergezogen. Also, definitiv ne Karte. Also... Ne? Ich lass... Ich lass uns sogar noch ganz unten, weil... Ja... 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 Ich wollte schon sagen, wo ist der Ball? Oh, nein! Oh, bitte! Fuck! Holy Shit, lad! Mann! Killer! Rennt, Morog! Rennt, Morog! Rennt! Nice! Morog! Der hat zerstört! Der hat zerstört! Also, der war jetzt sogar noch krasser... Ne, Morog! Zurückspulen! Morog, der... Ich wollte jetzt was Böses sagen, ne, aber... Geht nicht! Schau! Paz! Tagannahme und... Perfekt, Morog! Der hat zerstört! Ich hatte er zerstört! Was war er jetzt... Holy Shit! Ja! Krass! Ach! 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 Schöne Ding! Schöne Ding! Ok, ist auch krass! Ja! Paz! Ja, derie fang er doch! Es ist da ein 30 meter vor, vor, aber er ein Kick 2, aber! Ja, derie fang er wohl... Ja! Ja, derie fang er... Ja, derie fang er... Ja. Ja. Ball war aber schon weg, ja, ja. Was für ein Zeichen hat er gerade gegeben? Ja, auswechseln. Ja, bro. Oh, das war's schon, okay. Dann bleiben wir jetzt so mit diesen Bilds, mit der Roten nach oben. Äh, krass, 16. Minute. Oh, wir sind schneller als letztes Mal. Oh, mein Magen. Ähm. Fallrückziehertor, heavy shit. Also, heavy shit. Der Schiedsrichter mit der roten Karte gegen den Spiel mit dem grünen Trikot, glaube ich, war das. Äh, heavy shit. Der andere kommt einfach ohne Strafe davon. Krasser Shit. Aber ich fühle einen, fühle ich. Und zwar ist es der hier. Wo ist der? Hier. Ihn fühle ich immer. Ich hätte gesagt, bro, ich hab nichts gesehen. Oh, nicht, dass ich das irgendwann mal so aus Gags in Real Life mache, ne? So, ey, Bruder. Nein, äh, Spaß bei dir. Also, wie gesagt, ne? Also, das von dem Schiri den einen, äh, fand ich schon ein bisschen hart. Das mit dem Abseits fand ich noch krasser. Äh, ansonsten, wie gesagt, Augenmerk. Also, hör was, Augenmerk. Äh, das krasseste war einfach Freirurg-Theater. Der war heavy, das war heavy shit. Das war krass. Gut, ihr Kinders. Ansonsten, Link, Discord und in Videobeschreibung. Tretet bei im Palast. Ähm, und ja, tauscht euch aus. Schiedsrichter, Spieler, ist wurscht. Und, ähm, oder Trainer, vielleicht ist auch hier ein Trainer dabei. Könnt ihr eure Wut rauslassen. Ich spiele einen Kummerkasten für euch. Ansonsten hätte ich gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.